Heute am fünften Tag der Oberschwabenschau in Ravensburg, die größte Messe, Verbrauchermesse hier im Oberland, weit über die Landesgrenzen beliebt und bekannt. Heute kommen die Bauern auf ihre Kosten, denn heute Mittwoch wird der Landwirtschaftsbereich geöffnet für unsere Landwirte, die hier im Oberland für unsere Ernährung sorgen. Ein tolles Angebot für alle Bauern hier und sie sind begeistert. Heute spezieller Mittwoch für die Bauern hier, für die Landwirte, die ihr technisches Gerät erneuern möchten oder sich wenigstens informieren, was die Zukunft für ihre Arbeit im landwirtschaftlichen Betrieb eben bringt. Eine schöne Sache hier in Ravensburg, das Wetter spielt mit und alle sind gut drauf. Trotz Krise, trotz allen Randerscheinungen heute in der politischen Landschaft, die Bauern sind gut drauf und sie werden es schaffen. Weiterhin am technischen Fortschritt in ihrem landwirtschaftlichen Bereich mitzuhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017